Leute, ist das nicht unglaublich? Minecraft Colony 2.0 fängt an und ich meine, wenn wir uns zurück überlegen, Minecraft Colony 1 ist jetzt 8 Monate her, wir hatten 132 bis 150 Mitspieler, wovon wir leider so 12 Stück oder so bannen mussten, aber Leute, 140 Mitspieler, also jetzt minus die Gewanden, das ist schon mal unglaublich geil und den meisten hat's gefallen und ich hab mir jetzt überlegt, da die meisten auch noch gesagt haben, hey, mach doch Colony 2, warum machst du das nicht? hab ich so gedacht, okay, jetzt in den Ferien hast du grad noch Zeit Colony 2.0 zu machen oder eher gesagt Minecraft Colony 2 zu machen und ich hab's jetzt auch umgesetzt in den letzten paar Tagen, ich hab's auch im Forum Devcon Gaming.de angekündigt, dass Minecraft Colony 2 doch stattfindet und wir haben jetzt auch schon angefangen, wir haben jetzt so, ich weiß nicht, 10 Mitglieder, die am Anfang mitspielen, ich denke, es wird dann wieder auf die über 100 rau hinauslaufen, weil das Projekt ist schon ganz cool und wenn die Leute dann spätestens die Screenshots davon sehen, was sich alles verändert hat und so weiter, da kommt noch die alten Spieler dazu, dann werden wir's locker schaffen, und ich sag mal so, ihr werdet alle auch noch mithelfen können, dieses Projekt zu verbessern, indem ihr Verbesserungsvorschläge postet und Bugs reportet, genau, und die Domain oder, wie sag ich mal, die IP von den Servers, wie immer, devcon Gaming.de, ihr könnt drauf, sobald ihr euch bei devcon Gaming.de, dem Forum beworben habt oder bei mir in Skype beworben habt, und dann könnt ihr direkt auf den Server drauf und losspielen. Jetzt zu dem Thema, was ist Minecraft Colony? Minecraft Colony ist ganz einfach, also Minecraft Colony ist das gleiche wie Minecraft Colony 1, in der zweiten Version ist nur folgendes anders, also insgesamt ist es wie Minecraft Leben nur ein bisschen umgemodelt, sprich, ihr könnt selber dazu helfen, dass der Server vergrößert wird, wie bei Minecraft Leben, und ihr könnt auch dabei helfen, dass der Server verbessert wird mit Plugin-Vorschlägen und sonst was, wir haben 32 bis 48 Slots, jetzt momentan 32, wenn mehr Spieler hinzukommen, auch 48 oder noch mehr, dann haben wir nette und überprüfte Mitspieler, das heißt, ihr bewerbt euch bei Skype und so weiter, wir reden mit euch, ihr müsst die Regeln bestätigen und so weiter und so fort, wir verschaffen uns ein Bild von euch, einen ersten Eindruck, und lassen euch dann auf den Server frei, dann haben wir einen lag- und aussetzerfreien Server, das heißt, wenn ihr mal laggen sollte, bitte direkt reporten, wir gucken dann, woran es liegt, Netzwerkschwierigkeiten kann es immer geben, wir werden uns direkt drum kümmern, wir spielen auch mit der aktuellsten Minecraft-Version 1.8.8, das heißt, die neueste, aktuellste Spielgott-Version, die es überhaupt gibt, alle Plugins sind auch auf der Version 1.8.8, das heißt, wir haben auch alles schön bugfrei von Minecraft, also Server-Side-mäßig, und wir haben natürlich ein freundliches Server-Team, klar, wir wollen natürlich auch neue Mitspieler und neue generellen Menschen kennenlernen, und das wollt ihr natürlich auch, also seid ihr hier perfekt und richtig, und man muss natürlich auch keine Let's Plays aufnehmen, also nochmal zur Wiederholung, keine Let's Plays muss man aufnehmen, aber wenn man Let's Plays aufnimmt, dann verschafft das einem natürlich ein bisschen Vorteile, und das ist natürlich auch cooler für die Leute, und ihr tut damit natürlich auch Werbung für das Projekt machen, ihr habt vier Bauplätze, eine helfende Gemeinde und eine Kolonie, also die Hauptwelt, eine Farmwelt, eine Nether und eine Endwelt, die mit Portalen, ich sag mal, verbunden sind, und ihr habt einerseits die Portale, die ihr durchgehen könnt, und die Schildportale, also die Schild-Teleportation, wo ihr auf Schilder klicken könnt und dann da hinkommt. Das sind so die Punkte, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so wirklich unterschiedlich zu eben Minecraft-Leben, aber es ist schon cool, wenn man sowas machen kann und jeder mitspielen kann, es ist egal, wie alt du bist, du kannst mitmachen, und das ist das Haupt-, der Hauptpunkt, sag ich mal. Dann haben wir Protection-Plugins, die Türen, Truhen und Betten und sowas sichern, damit keiner in eure Häuser reinkommt, eure Grundstücke können natürlich auch gesichert werden, ihr könnt Grundstücke natürlich auch kaufen und so weiter, nur alles ohne Plugins, das ist eben so Vanillamäßig gehalten, so, damit Spieler zu Spieler so Interaktion haben. Dann haben wir einen Voice-Server, worauf ihr natürlich joinen könnt, um natürlich den Spielspaß zu feinern, und wir haben natürlich auch ein Handelssystem, aber dazu jetzt mehr. So, jetzt würde ich erstmal sagen, willkommen auf Minecraft-Colonie, hier sind wir eben auf dem Server drauf, hier seht ihr zu unserer Rechten direkt die Regeln, die sich, denke ich mal, ja, selbst erklärend sind, wie zum Beispiel nicht beleidigen, nicht cheaten und sowas, ihr müsst Grundstücke kaufen, dazu einfach im Chat fragen. Ähm, für die ersten Spieler, die hier drauf kommen, ist das natürlich erstmal kostenlos, und, äh, damit kann ich euch hier auch schon mal den Server-Spawn vorstellen, und die Kuberta natürlich auch, hier ist das große Farm-Belt-Portal, was ihr eben erklärt hatte, hier kommt ihr dann direkt in die Farm-Belt rein, was jetzt uns aber nicht mehr weiter interessiert, hier hinten ist schon ein Creeper, die Explosions-Schadens-Zeugs, die uns da, ist hier natürlich ausgestellt, ihr seht schon, die machen hier keinen Schaden, also im Spawn, und auch hier, wenn wir jetzt zum Spawn uns wegbewegen, wie zum Beispiel da hinten, bekommen wir keinen Schaden, also keinen Block-Schaden, Schaden insgesamt schon, aber keinen Block-Schaden, und jetzt ist hier unser schöner Leuchtturm, sag ich mal, unser Spawn-Haus, wo wir dann auch noch Schnelligkeit in sowas bekommen, und hier könnt ihr mit Rechtsklick natürlich auch in die Farm-Welt, genauso wie hinten durchs Portal, und der blöde Zombie kommt natürlich auch nicht hin, der macht übrigens Schaden, alles klar, der macht Werbung, ja, und gut, jetzt haben wir hier so komische Gebäude, wie zum Beispiel hier dieses Gebäude, was unser Rathaus darstellt, hier kann man dann so Sachen finden, wie Dokumente über die Stadt, oder Bewerbungen und sowas im Spiel eben, weil es auch Jobs geben wird, hier haben wir jetzt unser Krankenhaus, was noch eine Ruine ist, ähm, das seht ihr natürlich auch noch, und hier haben wir auch noch unseren Marktplatz, oder, ja, Marktplatz-Tradingplatz eben, was auch noch eine Ruine darstellt, jetzt ist der Punkt dieser, öffentliche Gebäude wie Marktplatz, Krankenhäuser, Polizeistationen und so, müsst ihr selber bauen, das heißt nicht, ihr müsst die selber bauen, sondern ihr müsst Ressourcen für die Stadt spenden, damit die gebaut werden, was bringt euch das jetzt, bitteschön, ich meine, bringt euch nichts, oder? Wieder ein Zombie, das Ganze ist folgendermaßen aufgebaut, ihr tut jetzt zum Beispiel ein, ähm, ihr tut jetzt Ressourcen, oh, ihr tut Ressourcenspenden, und wenn jetzt, soweit wir alle Ressourcen zusammen haben, ist der Marktplatz, sag ich mal, fertig gebaut, und jetzt fragt ihr euch natürlich, was bringt uns das, genau, wie eben die Fragestellung, ja, euch bringt das folgendermaßen, der Marktplatz, hier werden dann, also, das ist dafür da, damit ihr Trading-Schilder aufstellen könnt, ihr könnt Trading-Schilder aufstellen und hier Handel generell betreiben, ihr könnt Sachen verkaufen oder ankaufen, und das gleiche ist genau wie mit dem Krankenhaus, wenn das Krankenhaus fertig gebaut ist, dann könnt ihr hier reingehen und euch kostenlos, oder gegen eine kleine GC-Abfindung, also gegen eine, ein bisschen In-Game-Währung, sag ich mal, heilen lassen, das ist günstig, ihr habt dann, äh, direkt 100% eures Lebens, und das ist, denke ich, auch mal ganz sinnvoll, nur ihr müsst eben die Ressourcen dafür spenden, damit es, äh, ich sag mal, vorangeht. So kann man auch die Polizeistationen bauen, so kann man auch etliche andere Häuser bauen, und so kann man einige Gebäude bauen, wie zum Beispiel das Potsdam, das Gefängnis, das Polizeirevier, Marktplatz, die Messe, das Rathaus, das Krankenhaus, wie gesagt, und jetzt haben wir natürlich noch den Punkt angesprochen, In-Game-Währung, was sind In-Game-Währung? In-Game-Währung ist GC, abgekürzte Gold-Coins, und wie bekommt ihr die jetzt? Also jeder Spieler hat ein Startguthaben von 500 GC, das könnt ihr auch nochmal hier sehen, wenn ich jetzt auf Money gehe, wo ich gerade keinen Zugriff auf den Befehl habe, das ist ein Fail von mir, das sind noch die Bugs, die ich eben angesprochen habe, die musste ich natürlich noch fixen, ist logisch, auf jeden Fall, jeder hat ein Startguthaben von 500 Coins. Die GC, äh, man bekommt pro 60 Minuten 45 Gold-Coins zugeschrieben, und wenn man eine bestimmte Anzahl von Blöcken meint, also im Prinzip abfarmt, in der Farm-Welt, bekommt man nochmal eine bestimmte Belohnung, wie einen Diamanten, oder sonst irgendwas, auf jeden Fall, das ist der Punkt. Ihr bekommt immer kostenlos natürlich GC, ihr könnt natürlich, wenn ihr für den Server auch spendet, damit ihr die Laufzeit erweitert, und weitere Plugins finanzieren könnt, kriegt ihr natürlich auch GC, aber keine große Anzahl, sondern eher eine geringe Anzahl, aber auch mehr, als man sonst normalerweise bekommt, und das Ganze könnt ihr zweimal machen, weil nach zweimal, solange ihr zweimal jetzt gespendet habt, geht das kein drittes Mal mehr, sonst finde ich, ist das unfair zu den anderen Spielern, und, ja, was gibt es sonst noch, ihr könnt GCs natürlich auch erwerben, indem du das beim Rathaus leihen kannst, was aber erstmal, ich sag mal, disabled, also ausgeschaltet ist, dann habt ihr noch die Möglichkeit, auch, äh, wie gesagt, Spieler einzuladen, oder Werbung zu machen, indem ihr Videos zu ladet, Let's Plays und sowas, und generell Videos macht, so bekommt ihr GC, aber das Ganze ist erstmal nebensächlich, weil ihr könnt alles, was ihr mit GC machen könnt, natürlich auch einfach und schnell, ebenfalls mit, äh, ja, mit den normalen Sachen machen, hier mit den normalen, Zombie wieder, mit den normalen Tätigkeiten, die man im Spielleben so macht, Gut, das hier ist Minecraft Leben, beziehungsweise Minecraft Kolonie, 2.0 diesmal, oder eher gesagt, 2, und damit verabschiede ich mich auch, das ist jetzt erstmal die Erklärung gewesen, was zum Teufel ist jetzt in Minecraft Kolonie anders, was zum Teufel macht man in Minecraft Kolonie, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, oder einen schönen Nachmittag, wie auch immer es jetzt euch aussieht, und bis zum nächsten Mal, wow, seht ihr, kein Schaden gemacht, alles super, kein Block Schaden, kein Spielerschaden, in dieser Spawn-Area hier, die circa bis zu diesem Block hier geht, und wir locken hier schon eine ganze Zombie-Ami an, wie es hier aussieht, auf jeden Fall haut rein Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky, hinterlasst ein Abo und ein Like, wenn es euch gefallen hat, oder ein Kommentar, ist natürlich auch sehr gewünscht, und in der Beschreibung findet ihr natürlich alles, was dafür erforderlich ist, um bei Minecraft Kolonie mitzumachen, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal.